Herzlich Willkommen bei Tumpfis Kanal. Heute die letzte Erdäpfel bzw. Kartoffelernte in diesem Jahr. Als erstes die Bamberger Hörnchen. Alle drei Kübel sind am 20. April gepflanzt worden und jetzt sind mittlerweile sechs Monate vergangen und schauen wir was rausgekommen ist. Und hier die Bamberger Hörnchenernte. Ein paar schöne Hörnchen dabei. Die nächste Sorte ist die Sorte Erstling. Ich hatte noch nie so eine große Kartoffel im Kübel. Also richtig beachtlich. Eine schöne Knolle. Oder eine zweite auch davon. Auf jeden Fall eine Sorte die nächstes Jahr wieder in den Kübel kommt. Die letzte Sorte Ackersägen. Der Name hört sich eigentlich gut an. Mal schauen ob es wirklich ein Sägen ist. Die Sorte Ackersägen. Und hier das Ergebnis der Sorte Ackersägen. Er erinnert mich irgendwie an Bamberger Hörnchen. Vielleicht bei der Aussaat was verkehrt gelaufen. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht gehört es auch so, dass wie Hörnchen sind. Auf jeden Fall auch eine gute Ernte. Über ein Kommentar, Like oder Abo würde ich mich freuen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Also nochmal auf đi Ab Зап Valve. Smolveu. Das거� Video. Bis zum nächsten Mal. Hot agora journalists vorbeige ich teil.